Willkommen bei Manalores, dem wohl gehyptesten Aufbau-Strategie-Spiel mit Echtzeit-Kampfelementen, das wir jemals bekommen haben. Es kommt jetzt bald heraus und mit diesem Video möchte ich euch einen guten Start ins Spiel ermöglichen, euch die grundlegenden Dinge vorstellen, die Ressourcen, Mechaniken, die sehr wichtig sind zu beachten und so weiter und so fort, so dass ihr direkt, wenn das Spiel da morgen herauskommt, loslegen könnt und es in vollen Zügen genießen könnt. Wenn ihr auch für andere Spiele noch Tipps oder Playthroughs sucht, guckt einfach mal auf meinen Kanal, abonniert gerne, lasst ein Like da, das würde mir sehr helfen. Ansonsten viel Spaß beim Lernen. Bevor wir mit dem Spiel loslegen können, müsst ihr einige Entscheidungen treffen. Zuerst mal zur kosmetischen Entscheidung, euren Charakter. Eur Charakter hat keine besonderen Vorteile oder Nachteile, sondern ihr könnt ganz frei euer Wappen entscheiden, euer Porträt und so weiter und so fort. Da gibt es auch viele Auswahlmöglichkeiten. Wie wichtig wird das Ganze, wenn ihr zum Spielsetup und der Schwierigkeiten kommt? Ihr habt einige Szenariovorlagen, die ihr hier oben sehen könnt, die euch schon mal eine gute Vorstellung geben, wie das Spiel für leicht, normal oder halt schwer, entspannt, standard oder anspruchsvoll gestaltet wäre. Wichtig ist dabei, gerade für die Spieler von euch, die einfach ganz entspannt, ohne irgendwelchen militärischen Angriffen oder sonst etwas vorgehen wollen, ist der entspannte Vorlagenschwierigkeitsgrad absolut ausreichend. Ihr werdet hier keinerlei Gegenangriffe bekommen. Ihr werdet auf keinen Fall irgendwie gestresst sein, sondern könnt ganz gemütlich eure Siedlung aufbauen, was bestimmt auch vielen gerade bei der ersten Runde zu empfehlen wäre. Wenn ihr aber sagt, ich möchte auch die Mechaniken halt kennenlernen, die auch beim Standardspiel dabei sind, wählt einfach Standard aus oder passt hier unten einfach allen Bedingungen an, die euch halt liegen oder eben nicht liegen. Ihr könnt zum Beispiel sagen, wie oft denn die Feinde außerhalb der Karte angreifen, wie oft der Überfall dabei ist, wie viele Jahre ihr habt, bis der erste Überfall beginnt. Ihr habt zum Beispiel die Möglichkeit zu sagen, mehr Banditenlager oder weniger zu haben. Ihr könnt ein Limit festsetzen dafür, die KI-Aggressivität und so weiter und so fort. Natürlich im Early Access sind die KI-Gegner vollwertig noch nicht vorhanden. Ansonsten könnt ihr auch allgemeine Einstellungen wie die Startjahreszahl, Startvorräte ändern, ganz nach eurem Belieben. Macht das erstmal so, dass es für euch passt und ihr einen guten Anfang habt. Und dann könnt ihr auch schon loslegen und ihr seht, auf dem Bildschirm ist wieder mal einiges los. Und wir schauen uns erstmal die Ressourcen an. Beginnen wir erstmal mit der linken Seite und da gehen wir von links nach rechts einmal durch. Da haben wir die freien Familien, die arbeitenden Familien, die Wohnstätten, die Gesamtbevölkerung, die Zufriedenheit, die Gesetzestreue nenne ich es mal, das Regionsvermögen, die Anzahl der Tiere, die ihr habt und wie viele Vorräte ihr noch habt oder wie lange ihr damit mit diesen Vorräten an Brennholz und Nahrung noch klarkommen würdet. Gehen wir einmal die wichtigsten Punkte durch. Vor allen Dingen beginnen wir mit den Familien. Ihr weißt, wenn ihr irgendeinem Gebäude einen Arbeiter zuweist, nicht nur eine Person oder eine Bevölkerung dazu, sondern immer eine ganze Familie. Diese Familie besteht zuerst aus zwei Personen, deswegen bei fünf Familien zehn Bevölkerungen. Es ist also sehr wichtig, am Anfang neue Familien anzuziehen, damit ihr genug Arbeiter habt, um alle Lager zu versorgen. Und dafür kommt die Zufriedenheit ins Spiel. Ist sie größer als 50, dann bekommt ihr eine neue Familie ab und zu. Ist sie niedriger, niemals. Und auch gleich 50% hilft nicht. Nur ab 51% bekommt ihr neue Familien und könnt so eure Bevölkerung wachsen lassen. Deswegen ist es ganz wichtig und meine Empfehlung, am Anfang früh die Hofstätten zu bauen, also die Häuser zu bauen, damit eure Familien nicht obdachlos sind. Denn das erhöht die Zustimmung schon mal um ein paar Prozent. Ein weiterer Vorteil von frühen Hofstätten ist ganz einfach, dass die Familien Kinder bekommen und die sofort mitarbeiten können. Wie ihr jetzt zum Beispiel oben sehen könnt, unsere Bevölkerung ist schon um eins gestiegen. Zusätzlich könnt ihr verschiedene Lebensmittel anbieten, wodurch ihr auch wiederum die Prozente erhöht und eure Familien schneller anziehen könnt. Das kostet jetzt zum Beispiel bei den Hühnern, beim Ziegenstall oder den Karotten einfach etwas Regionsvermögen. Lohnt sich aber eben, um die Zufriedenheit oben zu halten. Natürlich könnt ihr nachher auch Felder anbauen oder anderweitig Nahrung beschaffen. Das führt aber jetzt zu weit. Doch die Frage bleibt natürlich, wie schafft ihr es überhaupt, Wohnstätten zu bauen? Das ist ja wie bei Aufbauspielen üblich. Ihr habt eure Ressourcen, die verschiedene Funktionen haben und euch eben helfen, die Gebäude zu errichten. Und auch hier gehen wir wieder von links nach rechts. Wir haben die ganzen Baumaterialien, darunter Holz und Stein, ganz wichtig am Anfang. Die Nahrung auch sehr wichtig am Anfang. Das Brennholz, natürlich immer essentiell. Die pflanzlichen Rohstoffe, Zwergsmaterialien, die zum Beispiel zu Rüstungen, Waffen und so weiter verarbeitet werden können. Die Verbrauchsgüter wie Schuhe, Salz, Kerzen und so weiter. Und als letztes die Militärgüter, also Rüstungen, Waffen, Schilde und so weiter. In diesem Video geht es vor allen Dingen um die Baumaterialien, denn wir wollen den Start uns anschauen und sehen, wie man die ersten Bedürfnisse, die ersten Grundversorgungen aufbauen kann und was dabei zu beachten ist. Das Grundprinzip sollte jedem von euch bekannt sein. Wir bauen natürlich ein Holzfällerlager, wir bauen ein Jägerlager und so weiter, um die grundlegenden Ressourcen abzubauen. Das muss ich euch nicht erklären. Das Ganze wird dann immer mit Straßen verbunden, mit einem Netz, wie ihr es selber gestalten wollt. Straßen machen das Ganze natürlich effizienter. Es gibt aber ein paar Mechaniken, die wichtig sind und anders sind als bei anderen Aufbaustrategiespielen. Dazu halten wir doch einfach mal das Spiel hier an, denn da sehen wir die zentrale Rolle oder den zentralen Charakter ganz am Anfang, den Ochsen. Der Ochse transportiert Stämme zu den Baustellen. Das heißt, ihr müsst schauen, dass eure Baustellen so gestellt sind, dass der Ochse mit dem jeweiligen Familienmitglied, das ihn führt, auch relativ schnell zu den Baustellen gelangen kann. Wichtig ist das auch deswegen, weil das Holzfällerlager, das jetzt hier gerade platziert wird, auch als einziges Lager für Bauholz, also für die Stämme, dienen wird. Das heißt, euer Ochse muss irgendwo so zentral stehen, dass er schnell zu Baustellen kommt, gleichzeitig halt direkt zum Bauholz, also zum Holzfällerlager kommen kann, um eben das Bauholz abzuholen und wieder zu den Baustellen zu bringen. Ich habe euch ja eben erklärt, dass ihr Bedürfnisse wie Nahrungsmittel und so weiter befriedigen müsst, damit ihr halt Zufriedenheit wächst und auch eure Bevölkerung wächst. Und der Ochse spielt dabei auch nochmal eine zentrale Rolle, wenn es darum geht, das bessere Holz zu produzieren, also zum Beispiel Planken nenne ich es jetzt einfach mal, um eine Kirche im Beispiel zu produzieren. Denn nur der Ochse kann von eurem Holzfällerlager diese Stämme wiederum zur Sägemühle bringen, wo diese dann weiterverarbeitet werden und zu richtigen Bauholz verarbeitet werden können, wodurch ihr dann eben erweiterte Gebäude wie eben die Kirche bauen könnt. Ihr seht eben auch, dass wir Steine brauchen, um die Kirche zu bauen. Natürlich muss man sich eben auch die Ressourcen vorkommen in der Gegend anschauen. Das ist eben die perfekte Überleitung, um sich mal die Strategie-Karte anzuschauen. Ihr könnt immer sehen, das Rote, was wir da erkennen, ist unser Gebiet, wo wir gerade bauen können. Und da sind halt verschiedenste Symbole für verschiedene Ressourcen da. Da haben wir einmal ein Steinvorkommen, Bärenbüsche, ein Lehmvorkommen und Tiere, die wir bejagen können. Außerdem Eisenerzvorkommen. Vorkommen mit einer Krone sind üppige Vorkommen. Das kann bei Erz und Stein zum Beispiel bedeuten, dass ihr unendlich Stein oder Erz abbauen könnt. Bei Tieren heißt es halt, das Vorkommen ist wesentlich größer und so weiter und so fort. Auf dieser Karte werdet ihr dann auch die Banditenlager finden, die euch ab und zu überfallen und ein bisschen nervige Aktionen durchführen können, euch einfach zufällig Ressourcen klauen. Ihr seht außerdem die gelbe Fraktion, die so als passiver Computerspieler momentan drin ist. Es gibt noch keine aktive KI, die selber Gebiete erobert. Das ist aber auch etwas, was für spätere Videos wichtig wäre. Nur, dass ihr wisst, dass momentan zufällige, kleinere Angriffe geschehen würden oder zufällige Überfälle. Spannend wäre wohl auf dieser Karte vor allen Dingen das mittlere Gebiet einzunehmen, um eben tiefe Minen auf das Steinvorkommen und auf das Erzvorkommen zu bauen, sodass ihr unendlich Ressourcen Zugang bekommt. Das ist aber eher Zukunftsmusik, das soll uns jetzt für dieses Video zum Reinkommen nicht interessieren. Wir müssen auch noch ein paar Dinge besprechen, die mit der Lebensmittelversorgung und generell der Versorgung der Lager zu tun hat. Denn im Mainer Lords müsst ihr aufpassen vor den Regen. Der Regen kann eure Lebensmittel zerstören, also verderben lassen und euer Brennholz bei normaler Einstellung beim zweiten Regen auch komplett zerstören. Von daher müsst ihr das Ganze einlagern. Das eben schnellstmöglich, weil ihr sonst vielleicht das Spiel neu starten müsst. Deswegen passt darauf auf jeden Fall auf, baut einen Speicher und ein Lagerhaus. Die Platzierung sollte natürlich so gewählt sein, dass ihr zu jedem Ressourcenknoten einen relativ kurzen Weg habt, aber auch vor allen Dingen am Anfang effizient seid, weil nicht jedes Vorkommen ist am Anfang so relevant. Wichtig wird das Ganze für einen weiteren Punkt, der besonders ist im Mainer Lords oder zumindest in abgewandelter Form hier vorkommen. In der Speicher kann auch mit Familien bestückt werden, obwohl die Sachen ja vom Lagerlager zum Beispiel direkt darüber geschafft werden. Könnt ihr das trotzdem tun. Warum? Weil diese Personen aus dem Speicher dann selbstständig den Markt bedienen. Und der ist noch sehr zentral, um eure Bevölkerung zufriedenzuhalten und gut zu versorgen. Ohne den Speicher wäre es nämlich so, dass die Jagdlagerfamilie selbstständig zum Markt laufen würde, um ihm ihr Fleisch anzubieten, was sie vorher gejagt hat. Was ja an sich auch eine interessante Mechanik ist, aber eben extrem viel Zeit verschwendet. Mit einer Familie im Speicher braucht ihr diese Angst nicht zu haben, denn die werden dann auf den Markt gehen und eben einen Stand eröffnen. Bedeutet eben, ihr müsst frühstmöglich das Feld anlegen, wo der Markt sich befinden kann. Die ganzen Bewohner werden dann selbstständig ihre Ware anbieten. Und wie gesagt, die Familie vom Speicher wird, wie wir jetzt ja auch gleich sehen können, selbstständig einen Lebensmittelstand aufsetzen, sodass sie alle Bevölkerung, alle Familien versorgen können. Und ihr verliert nicht die Ressourcen vom Jagdlager und so weiter. Noch ein Grund, warum ich euch hier gesagt habe, dass ihr ganz klar die Hofstätten schnell bauen müsst, ist, weil ihr dadurch eure Siedlungsstufe erhöht und eine erste Lieferung von Waffen bekommt und euch dann mit dem Milizsystem beschäftigen könnt. Natürlich ist das bei entspannt jetzt eher irrelevant oder gar nicht nötig, aber eben bei allen anderen Schwierigkeitsstufen, und gerade wenn ihr das Spiel schon mal kennengelernt habt, solltet ihr auch eben diese Informationen wissen. Unter dem Tab Armeen oder dem Auknop könnt ihr dann eben die verschiedenen Milizen sehen, die ihr bauen könnt. Da könnt ihr Achskämpfer, Sperrträger, Helibadiere und Bogenschützen zunächst bauen und dafür braucht ihr natürlich die entsprechenden Waffen bzw. Ausrüstungsgegenstände. Wichtig zu beachten ist, es können nur Männer der Miliz beitreten. Die sind nicht dauerhaft zu Soldaten umgewandelt, sondern holen sich die Waren dann aus dem Lager heraus und werden sich zu Hause damit bewaffnen, um im Notfall gegen Angreifer vorgehen zu können. Am Anfang erhaltet ihr nur Sperre und Schilder und deswegen könnt ihr auch nur die Sperrmiliz aufstellen. Mehr muss man erstmal nicht tun, gerade im Einstellertutorial reicht das absolut. Ihr habt die Miliz aufgestellt, seid erstmal geschützt und das passt so. Weitere Ausrüstung müsst ihr selber produzieren oder importieren über den Handelsbosten. Aber dazu kommen wir jetzt gleich erst noch kurz zu den Banditenüberfällen. Die Banditenüberfälle kommen zufällig und klauen euch leider auch einfach nur zufällig irgendwelche Ware. Die werden halt produziert, die Banditen, über die Banditen-Camps, die ihr auf der Karte sehen könnt und nur dann, wenn ihr nicht den entspannten Modus habt oder sie über die Einstellung ausgestellt habt. Es handelt sich also dabei nicht um einen wirklichen Angriff, sondern die Banditen sind einfach irgendwie in euer Camp eingedrungen und ihr könnt nichts auch nicht mit den Milizen dagegen machen. Ein bisschen nervig muss man sagen, aber damit ihr wisst, worauf ihr achten müsst. Diese Banditen-Camps könnt ihr natürlich nachher beseitigen mit eurer Miliz. Das sollte man möglichst früh machen, aber das Kampfsystem wollen wir uns jetzt hier nicht anschauen. Das würde ein bisschen zu weit führen. Es muss nur ergänzt werden, dass es halt natürlich auch richtige Angriffe geben kann von Räuberbanden, die euer Wied angreifen. Da müsst ihr halt eure Miliz bereithalten. Als letzten großen Punkt schauen wir uns nochmal das Regionsvermögen an. Das habe ich am Anfang schon mal erwähnt. Ist natürlich eine klassische finanzielle Währung, wie wir es bei allen Aufbauspielen kennen. Wird bei Manalords aber sehr früh benutzt, um eben solche Hofverweiterungen, wie ich schon gezeigt habe, zu kaufen. Aber auch andere Dinge wie Ochsen, Pferde und so weiter. Das bedeutet also, es ist ganz wichtig, dieses Vermögen aufzubauen und zu erhalten, damit ihr euch diese ganzen Waren und Tiere leisten könnt, um eure Siedlung am Laufen zu halten. Denn, ich habe ja schon erwähnt, die Ochsen sind essentiell. Und wenn ihr dafür nicht irgendwann genug habt, um alle eure Posten, eure Arbeitsplätze zu versorgen, dann werdet ihr ein großes Problem haben, ähnlich wie wenn ihr nicht genug Familien habt, um eure Arbeitsplätze zu besetzen. Außerdem wird es euch schwer fallen, Bedürfnisse zu befriedigen und genug Waffen bereitzustellen, bevor ihr eine eigene Produktion aufgestellt habt. Und deswegen brauchen wir einen Handelsposten. Diesen Handelsposten könnt ihr im Hintergrund schon sehen und da könnt ihr Handelsrouten eröffnen und wir gehen das Menü einfach mal kurz durch, damit das klar ist, was es euch da erwartet. Wir finden einmal die verschiedenen Menüs, die wir auswählen können mit den verschiedenen Waren. Beginnen wir aber nur mit dem einfachen Handel, den wir direkt hier sehen können. Und zwar können wir Steine und Bretter vor allen Dingen handeln. Ich denke, das ist am Anfang das Einzige, was uns jetzt für das Tutorial interessiert. Ihr seht erstmal kein Handel. Warum? Wenn ihr rechts das Symbol anschaut, seht ihr sechs Regionsvermögen müsst ihr bezahlen, um die Handelsroute aufzumachen. Und schon mal ganz wichtig, bewahrt euch dieses Regionsvermögen auf, sechs oder sieben, um eben eine Ressource rausschicken zu können, also exportieren zu können. In der Mitte seht ihr dann halt, wie viel habt ihr gerade als Überstand, also was nicht gerade für Bau oder so verwendet wird. Und daneben seht ihr dann diese 1 slash 11 oder 2 slash 12. Das bedeutet, ihr kriegt ein Regionsvermögen für Export und ihr müsstet 11 bezahlen, um es zu importieren. Also sehr, sehr teuer. Bei den Brettern eben zwei für Export und zwölf für Import. Es würde sich also erstmal lohnen, hier die Bretter zu nehmen. Die erweiterten Ressourcen, wie man jetzt zum Beispiel unten sehen kann oder auch gleich nochmal im Video kommt, sind natürlich deutlich lukrativer, aber eben auch schwerer daran zu kommen, während Bretter relativ simpel zu bearbeiten sind. Ihr braucht nur guten postierten Ochsen, normale Stämme, die dann zu Brettern umgearbeitet werden, so wie wir es schon gezeigt haben. Wichtig zu beachten ist natürlich, dass der Handelsposten wieder von einer Familie betrieben werden muss. Die Familie sollte nicht anders abgelenkt werden, denn sie muss immer alle Waren zum Handelsposten transportieren. Dabei kann eben das Pferd helfen, was ihr euch wiederum für Regionsvermögen kaufen könnt. Habt ihr die Handelsgute dann eben aufgerufen, habt sie bezahlt, dann wird ein Händler nach einiger Zeit kommen, eure Ware mitnehmen und euch ordentlich Regionsvermögen wiedergeben. Das erworbene Regionsvermögen könnt ihr wiederum ausgeben für Ochsen, Pferde, Hühner, Ziegen, um eben eure Wirtschaftseffizienz und eure Zufriedenheit zu erhöhen. Das Ganze solltet ihr früh angehen, weil ihr nur einmal im Monat ein Ochsen oder ein Pferd beordern könnt, um eben eure Wirtschaftseffizienz zu erhöhen. Die Erweiterungen in den Hofstätten könnt ihr natürlich jederzeit bauen, kosten aber viel. Lasst euch also nicht verführen, immer euer gesamtes Vermögen auszugeben, wenn ihr noch keine stabile Handelsgute zur Verfügung habt. Steigt eure Siedlung ein Level auf, kriegt ihr nicht nur diese Waffenlieferungen, sondern auch einen Entwicklungspunkt, Development Points, wie da unten angegeben. Und das könnt ihr einfach an diesem Bildschirm hier ausgeben. Und da sind noch nicht alle Trades, Perks, wie auch immer, also Fähigkeiten freigeschaltet. Viele sind noch nicht verfügbar im Early Access, die kommen erst später dazu. Aber ihr habt schon eine große Auswahl, denn diese Perks sind recht interessant. Es gibt zum Beispiel die Möglichkeit, neue Gebäude freizustalten, wie jetzt hier bei der Küllerei. Man kann auch eine Bienenzucht freischalten. Man kann halt einiges an verschiedenen Dingen, die auch wirklich interessante Mechanismen haben, neue Gebäude, mehr Nahrungsvielfalt bieten, bessere Vorkommen, bessere Waffenproduktion oder besseren Handel halt wirklich freischalten, was das Ganze sehr spannend macht. Allerdings würde ich da jetzt nicht ein Riesenthema draus machen wollen, sondern würde einfach sagen, nehmt euch das, was gerade am besten passt. Zum Beispiel, wenn ihr hier halt Jäger habt, dann nehmt halt diese Jagd, Bärenfallen, nehmt halt sonst Bärenbüsche, verdoppelt in Ertrag geben. Wenn ihr die Bärenbüsche habt, ihr sagt, ich brauche noch die Nahrungsvielfalt, nehmt euch die Bienen und so weiter. Das erste Playthrough, was wir hier besprechen, geht es aber eher darum, dass ihr einfach nur mal loslegt, das kennenlernen und wisst, dass es das gibt. Wenn eure Siedlung dann weiter wächst und ihr euer Herrenhaus bauen könnt, wofür ihr halt bestimmte Ressourcen braucht, Stein und Bretter, dann könnt ihr auch Gesetze erlassen. Wie gesagt, da sind da momentan nur zwei angegeben, die ich euch einmal einblenden kann. Das ist erstmal alles, was im Early Access drin ist. Es sind schon Symbole für die Weiteren da, aber es ist noch nicht klar, was genau diese Gesetze noch bringen werden. Natürlich haben wir bei weitem nicht alles besprochen, aber für den Start sollte es eigentlich passen. Denkt eben daran, natürlich für den Winter vorzusorgen, sodass ihr eine effiziente Nahrungs- und Brennholzversorgung habt. Sonst könnt ihr da noch ein Problem haben. Vielleicht noch für die Leute, die wirklich bis hierhin schauen, ihr könnt diesen Ochsen auch umstellen, sodass ihr da gar nicht großartig neu bauen müsst. Allerdings kostet das trotzdem die Ressourcen, aber ihr braucht keinen neuen Ochsen dafür. Schaut, dass ihr die Gebäude so stellt, dass alles wirklich eine sinnvolle Struktur hat, denn die Leute brauchen halt ihre Zeit, um sich von Ort zu Ort zu bewegen. Und das wäre es. Ich bedanke mich dann fürs Zuschauen. Lasst gerne ein Like und ein Abo da oder Tipps für neue Anfänger, die das Spiel kennenlernen wollen, die ich jetzt hier vielleicht nicht genannt habe. Und haltet Ausschau nach weiteren Videos mit Tipps, Kampfsystem, allgemeinen Tipps oder halt guckt euch halt irgendwelche anderen Videos hier am Rand an, worauf ihr halt Lust habt. Wir sehen uns.